Ja, moin moin, meine Diggas und Diggerinas. Der neue Operator Maestro wurde vor wenigen Augenblicken preisgegeben bzw. angeteasert und den nehmen wir auch gleich auseinander nach dem Intro. Bevor die Analyse beginnt, natürlich noch einmal ganz kurz der Trailer. Persönlich fand ich den Trailer von Alibi etwas besser. Freunde, aber darum geht's hier gar nicht. Im Trailer ist an der Stelle des Bildes zu sehen, wie er auf sein Handy drückt und ein Schussgeräusch ertönt und jemand laut aufschreit. Und da stelle ich mir die Frage, wird es ein Geschütz sein, was durch die Gegend fahren kann? Ist es so, dass man es irgendwo platzieren muss, ähnlich wie die Jäger-Devices? Oder wird es so sein, wie die neue Kamera, die kommen wird? Die kann man nur an einem speziellen Ort platzieren und nicht mehr fortbewegen. Vielleicht ist es mit seinem Geschütz auch so, dass es absolut stationär ist und sich nicht mehr wegbewegen lässt, es sei denn, man nimmt es zum Beispiel wieder ab und legt es woanders hin. All diese Fragen, die wir uns alle stellen dürften zur neuen Map und zu den beiden neuen Operatoren, werden am 20. Mai geklärt, hoffe ich jedenfalls. Denn dort werden die beiden bzw. die drei Neuheiten erstmals vorgestellt bei der Pro League. Das Einzige, was wir in diesem Bild noch sehen können, ist einmal sein Barrett und sein Feuerzeug. Ich schätze mal, das Feuerzeug hat mit der Geschichte von Majastro zu tun. Denn die Narbe, die ihr oben links an seinem Auge sehen könnt, die hat er sich in einer Sprengfalle zugezogen, als er im Irak stationiert war. Freunde, ein Bild habe ich aber noch für euch. Und zwar aus einem Beitrag, der heute mit dem Operator-Trailer zusammengekommen ist. Und ich fange gleich mit dem spannendsten Part an und gucke doch mal bitte auf seine linke Hand unten rechts dieser, ja sagen wir mal silberne Ball. Wenn wir da genau hinsehen, dann können wir unten so quasi so Zahnräder sehen. Und wenn man mal ganz, ganz, ganz genau darauf achtet, dann sieht man davon vier Stück. Eine oben links, eine oben rechts und die anderen beiden unten links und unten rechts. Das kann man da zumindest noch so ein bisschen schemenhaft erkennen. Da könnte man jetzt vermuten, es handele sich um zusammengeklappte Räder oder aber auch um Befestigungsmechanismen, die für eine Wand gedacht sind. Das heißt also um den Kram, den ich ganz am Anfang des Videos erwähnt habe. Leute, meine Vermutung geht an ein stationäres Geschütz, das man an einer Wand befestigen kann. Oder vielleicht auch auf dem Boden. Oder vielleicht sogar nur auf dem Boden und gar nicht an der Wand möglich. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Drohne bzw. das Geschütz den kompletten vorderen Bereich samt oben und unten einsehen kann. Bedeutet, man wird das Geschütz drehen können. In welchem Winkel jetzt genau, das wissen wir natürlich noch nicht. Das einzige, was ich sagen kann, ist, ich bin auf jeden Fall mega gehypt, wie sich das Ganze im Spiel machen wird. Und ob die Drohne Einzelschuss feuern kann oder sogar Dauerfeuer. Im Trailer war es hier eher so, er hat getappt und dann kam ein einziger Schuss. Und es klang sogar schon fast so, als wäre der Schuss schallgedämpft gewesen. Aber auch hier wieder reine Spekulation, Freunde. So, das nächste ist, was auf jeden Fall direkt ins Auge gestochen hat. Seine Rüstung. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es sich hier um einen 3-Speed Operator handelt. Ich gehe sogar davon aus, es wird ein 3-1 oder ein 2-2 Operator. Also zwei Punkte auf Rüstung und zwei Punkte auf Geschwindigkeit. Zum Schluss noch der Patronengürtel, der auf eine Schrotflinte zu schließen lässt. Und an der Länge des Munitionsgürtels würde ich sogar darauf schließen, dass die Shotgun vollautomatisch funktioniert. Weil viel Munition und viel Nachladen, Freunde. Ich habe euch nochmal einen Link unten reingehauen zu der Seite, wo noch ein bisschen was zu ihm steht. Und da steht auch, er soll ein ziemlicher Hitzkopf sein. Und ich kenne das von mir, Hitzköpfer, die ballern gerne viel. So Leute, an der Stelle drückt einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, das machen immer noch viel, viel, viel zu wenige. Und ich würde sagen, ich bin jetzt euer Ulix und ich bin jetzt raus. Und das habe ich irgendwie vertauscht und ich bin jetzt raus. Ciao. Ciao. Man merkt, ich bin in Eile.